Als ich im November 2013 meine allerersten Einzelaktien kaufte, hatte ich überhaupt keinen Plan, wo mich das am Ende hinführen wird. Ich war damals ziemlich planlos, hatte gerade einige tausend Euro Verlust gemacht und wusste nur eins, so kann es einfach nicht mehr weitergehen. Deswegen habe ich die Geldanlage in die eigenen Hände genommen und es lief die ersten Jahre noch etwas, ich würde mal sagen holprig, wurde aber nach und nach besser. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich nun zehn Learnings mit dir teilen, die ich seit 2013 machen durfte. Einige wirst du schon aus den achteinhalb Jahren Finanzrocker-Podcast kennen, ein paar kennst du aus eigener Erfahrung und andere wahrscheinlich noch nicht. Jetzt gibt es den 10-Jahres-Rückblick relativ nah beim Depot-Rückblick, aber es sind da nur wenige Überschneidungen. Wenn du dich für die Grafiken interessierst und nochmal für die Zusammenfassung, dann schau einfach einen Blogartikel vorbei. Dort habe ich wie bei den Depot-Rückblicken auch alles nochmal eingefügt und ausgeführt. Den Link findest du wie gehabt in den Shownotes. Bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Tagen haben die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet und wir nähern uns mit großen Schritten der Adventszeit. Was liegt da näher, als wieder mit Freunden und Familie bei einem guten Wein oder Glühwein anzustoßen? Und für mich ist die Weihnachtszeit immer wieder eine schöne Zeit, in der man den Wein bei einem guten Essen oder auf den leuchtenden Weihnachtsmärkten genießen kann. Wie passend, dass diese Episode von Vinos präsentiert wird. Vinos ist seit über 25 Jahren die Nummer eins für spanische Weine in Deutschland. Vor allem die außergewöhnlichen und preisgekrönten Festtagsweine können sich Jahr für Jahr sehen lassen. Und dass neben tollen Weinen auch die Kunden im Mittelpunkt stehen, zeigen fast 110.000 Bewertungen auf Trustpilot und eine Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen. Als Finanzrocker-Hörerin und Hörer habe ich jetzt ein exklusives Festtagsangebot für dich. Unter vinos.de slash Finanzrocker erhältst du ein Finanzrocker-Festwein-Paket mit 6 Festweinen aus Spanien und Portugal. Du sparst über 50% auf den Normalpreis und zahlst statt 61,65 Euro nur 29,99 Euro inklusive Versand. Obendrauf bekommst du auch noch 4 Rotweingläser von Schott Zwiesel, damit der Wein auch stilvoll präsentiert werden kann. Im Finanzrocker-Festwein-Paket sind 5 spanische Rotweine und ein portugiesischer Rotwein enthalten. Die perfekte Mischung also für eine schöne Advents- und Weihnachtszeit mit ausgezeichneter Weinbegleitung. Das Ganze bekommst du als Vinos-Neukunde für 29,99 Euro inklusive Versand in Deutschland. Für bereits bestehende Vinos-Kunden fällt eine Versandpauschale von 2,99 Euro pro Bestellung an. Wenn du dich jetzt selbst von der Qualität überzeugen willst und dir auch nochmal die Auszeichnung anschauen möchtest, dann geh einfach auf www.vinos.de slash Finanzrocker. Dort findest du alle Informationen. Vinos wird mit V geschrieben. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. Ja und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Solo-Folge. Diese Podcast-Folge möchte ich mal mit einem Zitat von Kurt Tucholsky starten, weil es perfekt zum Inhalt passt. Der deutsche Journalist und Schriftsteller hat mal gesagt, Dumme und Gescheite unterscheiden sich nur dadurch, dass der Dumme immer wieder dieselben Fehler macht und der Gescheite immer neue. Ich habe in den vergangenen Jahren nämlich so einige Fehler gemacht, aber es waren immer wieder neue. Was ich an dieser Stelle aber betonen muss, ohne diese Fehler wäre weder Finanzrocker entstanden, noch hätte ich überhaupt ein Vermögen aufgebaut. Und diese beiden Punkte sind nämlich sehr eng mit dem erfolgreichen Vermögensaufbau bei mir verbunden. Den ersten wirklich schweren Fehler machte ich im September 2007, als ich, eigentlich ohne nachzudenken, alle Eier in einen Korb legte. Das ist jetzt wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute besonders stark diversifiziere, was auch nicht die beste Lösung ist. Ich kenne einige, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen bei meiner Asset-Allokation. Ich kenne aber auch einige, die noch deutlich mehr Aktien als ich haben und ebenfalls erfolgreich anlegen. An dieser Stelle gehen meine herzlichen Grüße nach Österreich zu meinem geschätzten Kollegen Clemens, der nämlich noch einige Aktien mehr in seinen Depots hat. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist jetzt meine ganz persönliche Asset-Allokation und Geschichte. Es macht für andere keinen Sinn, mein Portfolio so nachzubauen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich meine komplette Depot-Zusammensetzung nicht öffentlich mache. Es gibt nämlich wirklich einige Menschen, die sich die Depots von Bloggern und Finfluencern genauso zusammenstellen und hoffen dann schnell eine gute Rendite zu bekommen. Und ich plädiere immer wieder inständig dafür, sich eigene Gedanken zu machen und erst dann das Depot zusammenzustellen. Kauf keine Wikifolios, Muster- oder Echtgelddepots nach, denn das kann böse in die Hose gehen. Aber meine Fehler möchte ich natürlich trotzdem hervorheben, denn die gehören zum Vermögensaufbau einfach dazu. Und wie es halt immer so ist, noch der kurze rechtliche Hinweis, die von mir genannten Aktienunternehmen, ETFs, sind keine Anlageberatung, sondern das ist meine persönliche Meinung. Und was ihr daraus macht, das bleibt euer Risiko und auch euch selbst überlassen. Als ich meinen Vermögensaufbau dann vor zehn Jahren in die eigenen Hände nahm, stand zuerst ein großes Minus in meinem Depot. 2007 hatte ich mir bei meiner Hausbank nach einem Erbe einen völlig schrottigen und überteuerten Dachfonds andrehen lassen, der während der Finanzkrise Kursverluste von über 50 Prozent hinnehmen musste. Und im Gegensatz zu vielen anderen Fonds und ETFs erholte er sich aber nicht mehr und wurde schließlich 2013 aus Erfolglosigkeit aufgelöst. Vier Fondsmanager, das muss man sich mir vorstellen, vier Fondsmanager, die viel Geld dafür bekommen haben, haben es nicht hinbekommen, diesen teuren Dachfonds wieder zum Laufen zu bringen. Unter dem Strich standen dann einige tausend Euro Verlust. Das tat natürlich verdammt weh, vor allem wenn man überhaupt keine Erfahrung mit der Börse gesammelt hat und eigentlich völlig überfordert war mit diesen Verlusten. Weil mir tun eigentlich schon ein paar hundert Euro Verlust weh, aber dann mal so ein paar tausend Euro Verlust zu realisieren, das ist dann schon nochmal was anderes. Und von den übrig gebliebenen 13.000 Euro kaufte ich 2013 meine allerersten Aktien und ETFs. Im Nachhinein war das ganz schön viel Geld für die ersten Gehversuche, wobei ich sagen muss, ein Teil dieses Geldes wurde auch nochmal über einen Bankberater angelegt, aber diesmal in unterschiedliche Vehikel. Also da waren MDAX ETF dabei, da war ein Zertifikat dabei, da war ein Währungskonto dabei, da war ein Anleihefonds in Dollar dabei und zu der Zeit ist der Dollar sehr stark gestiegen. Und das waren alles lukrative Anlagen. Die habe ich aber kurz darauf, ich glaube, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, dann wieder liquidiert und habe das dann auch komplett selber angelegt. Aber mit der restlichen Summe von ein paar tausend Euro war ich davon überzeugt, dass ich das zumindest langfristig auch hinbekomme, eine bessere Rendite zu haben, als ich vorher mit dem Dachfonds hatte. Gut, ist jetzt auch keine Kunst und ich glaube, das bekommt jeder hin, selbst wenn er noch mehr Fehler macht als ich. Aber die Rendite war ja im zweistelligen Minusbereich. Ich glaube, selbst Dirk Müller hat mit seinem Fonds eine bessere Rendite. Ja, und jetzt muss ich dir leider gestehen, es ist nicht die absolute Heldenstory geworden, sondern ein langer Entwicklungsprozess, der immer noch nicht komplett abgeschlossen ist. Ich hadere nach wie vor noch mit Entscheidungen, mit Käufen, mit Verkäufen. Aber ich kann damit jetzt besser umgehen, weil ich mir auf der einen Seite Gedanken darüber mache, also ausführlich Gedanken darüber mache, wann ich in welche Aktien investiere und wann ich sie verkaufe. Und das war zumindest ein Prozess, der hat sich jetzt über die Jahre entwickelt. Aber anfangs war es halt noch nicht so. Und ich habe ziemlich sinnfrei irgendwelche Aktien gekauft und verkauft, von denen ich dachte, sie würden sich gut entwickeln. Das ist ja häufig der Fall. Man hat den Home-Bias. Das heißt, in Deutschland kennt man ja die Unternehmen, die sind ja tagtäglich in den Medien. Und daraus kann man ja ableiten, wie sich die Börsenkurse entwickeln. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Vor allem, wenn dann so Geschichten passieren, wie mit dem Monsanto-Kauf von Bayer. Bayer war eine der ersten Aktien, die ich mir ins Portfolio gelegt habe. Und die habe ich dann aber auch relativ schnell wieder verkauft. Aber mein Opa beispielsweise hatte die Bayer-Aktie die ganze Zeit in seinem Depot. Und er hatte auch noch eine zweite Aktie, nämlich BASF. Also zwei DAX-Unternehmen aus demselben Land, aus einer ähnlichen Branche. Und ja, der hat natürlich dann dieses Monsanto-Elend komplett mitgenommen. Und das ist auch ein Phänomen, das sehe ich häufig, dass sehr viele Unternehmen gekauft werden aus dem deutschen Bereich, weil man einfach denkt, man hat eine Ahnung, was da passiert. SAP ist noch so ein Beispiel. War auch eine der ersten Aktien, die ich gekauft habe. Und ich habe ja für SAP viele große Marketing-Projekte umgesetzt zwischen 2010 und 2013. Das war während meiner Zeit in Mannheim. Und da hatte ich auch Einblicke in SAP. Das heißt aber nicht, dass deswegen ein Kauf der Aktie dazu führt, dass man eine gute Rendite erwirtschaftet. Aber es war damals der Fall. Ich habe gedacht, das wird sich gut entwickeln. Und ich gehe in erster Linie in deutsche Unternehmensaktien, weil ich die eben vermeintlich besser kannte als Aktien aus anderen Ländern. Und von diesen ganzen Unternehmen, die ich damals gekauft habe, waren auch überwiegend DAX und MDAX-Unternehmen, habe ich jetzt nur noch Apple im Depot. Und auch diese Aktie habe ich zwischenzeitlich wieder verkauft, weil damals lag sie, glaube ich, bei 400 Euro oder 450 Euro. Und dann ist sie nach Quartalszahlen mal einmal um 50 Euro gefallen. Ich meine, ich hatte zwei Aktien im Portfolio. Die habe ich dann wieder verkauft, weil das um 100 Euro gesunken ist. Und da habe ich gedacht, das ist mir zu viel. Und ich habe damals tatsächlich auch jeden Abend dann die Kurse gecheckt. Und dann ist das Depot um 10, um 20, um 30 Euro gefallen. Und dann habe ich Panik gekriegt. Und dann habe ich dann wieder Aktien verkauft. Oder wenn sie dann eben um 50 bis 100 Euro gestiegen sind, habe ich sie auch verkauft. Und man sieht, das war völlig unkoordiniert. Aber es waren halt die Anfänge. Und aus diesen Anfängen habe ich eben auch einiges mitnehmen können. Und ich habe 2013 damit angefangen, Wirtschafts- und Börsenmagazine zu lesen. Die hatten auch einen größeren Einfluss auf meine Anlagestrategie, weil da waren dann viele Aktientipps drin. Und die klangen alle plausibel und schlüssig. Und man könnte ja da in so Unternehmen investieren. Und ich weiß, ein Unternehmen, das ich damals auch investiert habe, war Stoh. Die kümmern sich unter anderem um Dämmstoffe, Farben. Und das ist auch ein Unternehmen, was damals häufig in den Medien war. Die haben eine Sonderdividende von 25 Euro pro Aktie gezahlt. Und da bin ich vorher dann reingegangen. Und das war dann über die Jahre. Ich glaube, ich habe die Aktie fünf oder sechs Jahre gehalten. Ein ziemlicher Rohrkrepierer. Heute ist sie über dem Stand von damals. Aber ich habe irgendwann die Geduld damit verloren. Das mal so als Beispiel, was ich aus diesem Magazin mitgenommen habe. Heutzutage stehen diese, gerade Printmagazine, nicht mehr so im Fokus. Stattdessen gibt es nun ganz viele Podcasts und YouTube-Kanäle. Die gab es ja damals noch gar nicht. Die täglich über die heißesten Anlagetipps berichten. Und da bekommt man dann auch wieder irgendwelche Dinge ins Ohr gesetzt, die man dann ausprobieren könnte. Und ja, ich habe damals schmerzhaft gelernt, dass es viel wichtiger ist, sich selbst mit den Aktien, dem Geschäftsmodell der Branche und den Kennzahlen zu beschäftigen und dann eigene Rückschlüsse zu ziehen, als irgendwie in Börsenmagazine reinzuschauen und da die vermeintlich tollen Tipps dann nachzukaufen. Aber ich glaube, das wichtigste, der wichtigste Punkt ist das Thema Langfristigkeit. Und dann wird sich das automatisch vermehren. Und wenn man halt gar keinen Bock hat auf Einzelaktien, dann reichen. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Zwei bis drei ETFs. Völlig aus. Und man hat ein breit diversifiziertes Portfolio. Geringe Kosten und weniger Sorgen. Ja, und wenn ich heute in Portfolio Performance meine Liste an verkauften Aktien sehe, dann frage ich mich ernsthaft, warum ich mir die ganzen Werte überhaupt ins Depot gepackt habe. Da sind so viele Werte drin. Es ist unfassbar. Und wenn ich mir dann auch noch schwarz auf weiß die Rentengebühren anschaue, die ich gezahlt habe. Jetzt nicht nur in den letzten zehn Jahren, sondern eben auch für diesen bescheuerten Dachfonds, für meine private Rentenversicherung, wo die gezählten 5.000 Euro dann noch fällig waren und und und. Dann tut das schon extrem weh. Und da wird der Börsenspruch hin und her macht die Taschenlehr wirklich schwarz auf weiß sichtbar. Aber da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Es waren meine Anfänge und die Fehler gehörten definitiv einfach dazu. Und deswegen kann ich auch jetzt heute so offen darüber sprechen, weil das die Learnings sind, die ich mitgenommen habe. Und es hat sich auch enorm viel getan. Gerade jetzt in den letzten zwei bis drei Jahren, da hat das nochmal einen Sprung gemacht. Auch wenn es an der Börse gerade 2022 jetzt nicht so doll lief. Aber ich bin halt wesentlich resilienter geworden gegenüber diesen täglichen Börsennachrichten und auch den Börsenkursen. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidendes Learning, was ich dann so mitgenommen habe. Weil gerade am Anfang, da tun einem 10 Euro, da tun einem 100 Euro Buchverlust schon weh. Das gibt sich dann über die Zeit. Ich habe beispielsweise jetzt im Oktober 2023 eine fünfstellige Summe verloren. Die sind dann einfach weg gewesen, weil die Kurse so schlecht waren. Also das waren die Buchverluste. Aber es hat mich ja eigentlich gar nicht beschäftigt, weil ich wusste, das geht auch wieder aufwärts. Und das war ja während des Corona Crashs ähnlich. Wobei da waren die Verluste schon im mittleren fünfstelligen Bereich. Und das tat dann schon weh. Aber auch da bin ich ziemlich relaxed geblieben und habe ja fast gar nichts verkauft an der Stelle. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meiner ersten konkreten Lehre, die ich ganz entscheidend mitgenommen habe. Die lautet nämlich, das Vermögen wird nicht an der Börse gemacht. Das ist mein persönliches Learning Nummer eins. Ich habe es auch schon oft erwähnt. Aber die Börse ist langfristig mit Sicherheit ein Renditekicker. Aber schnell reich wird man damit nicht. Das Investment in sich selbst und die persönlichen Fähigkeiten, das zahlt sich viel schneller und nachhaltiger aus. Weil hier ist die Lernkurve auch viel schneller und die Erträge kommen deutlich schneller als beispielsweise bei den Dividenden. Wer mir jetzt schon länger zuhört, der kann das Wort Humankapital wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber wenn ich mir den Vermögensverlauf anschaue, kamen die krassen Steigerungsraten erst durch die nebenberufliche Selbstständigkeit, die Sparsamkeit und natürlich dann auch durch die hohe Investitionsquote. Ich hatte ja von Podcasting 2015 wirklich überhaupt keine Ahnung. Von Bloggen ein bisschen mehr. Aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da der absolute Crack war. Und gerade bei dem Podcast hörst du ja auch an den ersten Folgen, wie schlimm das war. Ich musste jetzt ja im Zuge meines Hosting-Anbieterwechsels die ganzen alten Folgen anpassen und die Shownotes nochmal überarbeiten, weil das ist beim Umzug nicht alles so reibungslos vonstatten gegangen. Und dann musste ich auch in die alten Folgen reinhören. Und meine Ohren haben glüht. Ein bisschen aus Scham und ein bisschen, weil ich kaum was verstanden habe. Ich habe ein paar alte Folgen dann auch nochmal überarbeitet. Ja, auch das waren die ersten Schritte. Und das lässt sich ja genauso mit den ersten Aktien auch vergleichen. Das war Kraut und Rüben und das Ergebnis war nicht glorreich, aber es gehört einfach dazu. Und ich habe mir ziemlich mühsam über die Jahre beigebracht, wie Podcasting gut funktioniert, wie ich dann auch dich bei der Stange halten kann, dass du die ziemlich langen Folgen dann auch hörst. Und das lernt man nicht innerhalb von wenigen Monaten oder wenigen Jahren, sondern da gehört schon viel Erfahrung dazu. Und das hat dazu geführt, dass ich allein von dem Podcast ungefähr nach vier Jahren davon leben konnte. Ich konnte davon auch gut leben. Und nach achteinhalb Jahren und bald 15 Millionen Downloads von diesen vier Podcasts, da kamen dann auch gute Einnahmen zusammen. Und da ich die Finanzrocker-Aktivitäten die ersten fünf Jahre neben dem Beruf gemacht habe, konnte ich einen Großteil dieser Einnahmen an der Börse anlegen. Das waren anfangs ein paar hundert Euro, später dann einige tausend Euro und für drei Jahre habe ich dann komplett von den Einnahmen gelebt. Aber der eigentliche Gewinn, das waren die Fertigkeiten, die mir heute im Angestelltenverhältnis ganz stark zugute kamen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. 2010 habe ich über 100 Bewerbungen schreiben müssen nach meinem Volontariat, um einen Job am anderen Ende von Deutschland zu ergattern. Das war dann der Job in Mannheim. 2013 waren es noch über 50 Bewerbungen für einen Job in Hamburg. Und 2022 war es nur eine einzige Bewerbung, die mir den Job gebracht hat. Und vor allem die Fähigkeiten, die ich mir durch Finanzrocker angeeignet habe, die kamen da zum Tragen. Die waren entscheidend dafür, dass ich diesen Job bekommen habe. Und in den letzten achteinhalb Jahren konnte ich dadurch mein Vermögen natürlich vervielfachen, weil ich einfach auch zwei Gehälter dann zum Teil hatte, während die Vermögensteigerung allein durch die Börse deutlich niedriger ist. Also die sind jetzt im mittleren zweistelligen Bereich von der gesamten Vermögensallokation, die von den Aktien und ETFs, die nenne ich nochmal am Ende. Aber das führte dann auch zu der Möglichkeit, jetzt in diesem Jahr wieder deutlich mehr in Aktien zu investieren, als während der Selbstständigkeit, wo ich halt noch mehr Rücklagen bilden musste und auch die Steuern noch bezahlen musste. Die regelmäßigen, die muss ich jetzt ja nicht mehr jeden Monat beziehungsweise alle drei Monate zahlen, beispielsweise Gewerbesteuern. Das waren 1.500 Euro im Quartal, die ich da zahlen musste. Und das ist jetzt weggefallen. Ja, und genaueres werde ich dazu dann im Depotrückblick Anfang Januar nochmal erzählen. Und das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls ist heutzutage der Goldrausch bei den Blogs, Podcasts oder YouTube-Kanälen im Finanzbereich schon wieder vorbei. Aber es kommen auch wieder neue Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und persönliche Entwicklungsschwerpunkte setzen kann. Vor zwei Jahren war TikTok beispielsweise so ein Bereich, in dem man sich sehr gut entwickeln konnte, eine hohe Reichweite erreichen konnte und dann natürlich auch Geld verdienen konnte. 2023 war es ganz klar das Thema künstliche Intelligenz. Und der Bereich KI fängt beispielsweise gerade erst an, sich zu entwickeln. Und da sehe ich noch viele Möglichkeiten, meine Potenziale nochmal zu erweitern und so dann für ein weiter wachsendes Vermögen zu sorgen. Und zusammengefasst heißt das, investiere deine Zeit lieber in deine Fähigkeiten und deine persönliche Weiterentwicklung als in irgendwelche Börsenstrategien. Denn am Ende ist das viel lukrativer und bringt viel mehr Rendite. Kommen wir zum zweiten Punkt. Man über- und unterschätzt sein Vermögenswachstum. Diese Erkenntnis mag auf den ersten Blick verwundern, aber es ist in der Tat genau so. Wenn mir jemand 2013 gesagt hätte, dass ich Ende 2023 mein Vermögen so vervielfachen konnte, hätte ich wahrscheinlich schallend gelacht und demjenigen einen Vogel gezeigt. Über einen längeren Zeitraum von zehn Jahren lässt sich die Vermögensentwicklung nämlich nur sehr schwer einschätzen. Vor allem, wenn dann noch der Zinseszins langsam aber sicher dazukommt. Ich muss jetzt ganz klar an dieser Stelle sagen, ohne Finanzrocker wäre mein Vermögen nur ein kleiner Bruchteil wert gewesen, denn meine Karriere tröpfelte bis 2015 eher so dahin. Aber auch beim Bloggen und Podcasten hat es vier Jahre gedauert, bis eine wirklich nennenswerte Summe dann zum Tragen kam. Ich habe aber meinen ersten Job nach Gründung von Finanzrocker 2016, habe ich durch die Gründung von Finanzrocker überhaupt erst bekommen. Dieser Punkt hat da mit reingespielt in das Vermögenswachstum. Aber ich konnte 2015, als ich Finanzrocker gegründet habe, damals hatte ich ja überhaupt gar keine monetären Interessen. Das kam erst später, weil der Aufwand halt so extrem hoch war. Da konnte ich überhaupt nicht einschätzen, was kann man damit verdienen und wo lande ich dann auf meinem Höhepunkt. Das war vor zwei Jahren, also 2021 war der absolute Höhepunkt jetzt auch von den Downloadzahlen und den Einnahmen. Und du siehst, häufig unterschätzen wir das Wachstum ganz gewaltig, weil da einfach mehrere Faktoren mit reinspielen. Ob das nun jetzt die berufliche Entwicklung ist, die Entwicklung an den Börsen, die Entwicklung der Dividendenströme, die Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Also wenn man sich nicht weiterentwickelt, dann entwickelt sich auch das Vermögen nicht wirklich weiter, weil man dann auch keine guten Argumente für die Gehaltserhöhung hat, würde ich jetzt sagen. Es gibt natürlich auch gerade im öffentlichen Dienst, wenn da feste Gehaltssteigerungen sind. Beispielsweise bei mir war es, glaube ich, nach drei Jahren gab es dann eine Gehaltserhöhung, eine automatische. Aber das ist ja auch nicht überall so. Jedenfalls diese Faktoren, die muss man berücksichtigen und da kann man ganz schwer einschätzen, wo das Vermögen jetzt in zehn Jahren ist. Auf der anderen Seite dümpelt mein Vermögen seit zwei Jahren so ein bisschen auf der Stelle. Zwar konnte ich meine Dividenden jedes Jahr im Schnitt um knapp 30 Prozent steigern, aber durch das schlechte Börsenjahr 2022 bin ich mit dem Gesamtvermögen heute nur etwas höher als Ende 2021, obwohl ich viel frisches Geld ins Portfolio investiert habe. Und das heißt, über so einen kurzen Zeitraum, da überschätzt man sein Vermögenswachstum. Weil ich hatte immer gedacht, ja, wenn ich jetzt so viel da reinpacke und das vermehrt sich dann auch wieder, dann steigt das Vermögen auch wieder exponentiell an. Nein, das ist nicht der Fall. Und da musste ich auch so ein bisschen vom hohen Ross geholt werden, weil wenn es gut läuft, dann denkt man immer, ja, kann nichts erschüttern. Das ist ja an der Börse auch so. Und dann kommt ein schlechtes Jahr und dann ist man ja praktisch nur noch beim halben Vermögen, wenn es jetzt einen ganz bösen Crash geben sollte. Und auch das muss man dann berücksichtigen. Und deshalb ist es ganz wichtig, nochmal auf die extrem gut laufenden Börsen seit 2009 hinzuweisen. Die Zeit davor, also von 2000 bis 2009, das waren verschenkte Jahre mit zwei ausgewachsenen Crashs, wo das Vermögen auch mal nicht gewachsen ist und wo man das dann auch nicht vervielfältigt hat. Also das Vermögen, was man 2000 angelegt hat, das war 2009 dann auf dem Höhepunkt der Finanzkrise nur noch die Hälfte wert. Und auch dazwischen gab es keine große Entwicklung. Auch so ein Zeitraum über zehn Jahre kann durchaus in den nächsten zehn Jahren nochmal kommen. Und dann entwickelt sich das Vermögen auch nicht weiter. Das bedeutet, dass du als Anleger nicht davon ausgehen solltest, dass die Märkte in den kommenden Jahren nur nach oben gehen und das Vermögen ganz schnell wächst. Das ist einfach utopisch. Es geht nicht immer nur nach oben, denn die Börse ist keine Einbahnstraße. Und beim Stockpicking von Einzelaktien kommt dann auch immer der Faktor X dazu, der ganze Geschäftsmodelle in den Himmel oder auch ins Wanken bringen kann. Und auch damit wird man nur breit diversifiziert und langfristig ein wachsendes Vermögen sehen. Und nicht nur bei mir habe ich gesehen, dass man irgendwann übermütig wird, wenn es über Monate oder wenige Jahre so gut läuft. Und schnell denkt man, dass es immer so weitergehen wird. Aber es kommen immer wieder Jahre, wo es dann nicht mehr so läuft. Es gab jetzt 2019 und 2021 zwei Jahre, in denen meine Einzelaktienrendite bei über 30 Prozent lag. Es ist aber mehr als vermessen zu denken, dass so etwas jedes Jahr klappt. Und solche Jahre führen immer dazu, dass man das Vermögenswachstum dann überschätzt. Aber das ist dann auch eher die Ausnahme als die Regel. Und gleiches gilt für extrem schlechte Jahre. Also da heißt es ja auch nicht, dass das Vermögen dann die nächsten Jahre nur nach unten geht. Ja, zusammengefasst heißt das, plane dein Vermögenswachstum immer langfristig und lass dir von kurzfristigen Überrenditen oder schlechten Jahren nicht den Kopf verdrehen. Es kommt immer wieder zur Regression, zum Mittelwert. Und für mich persönlich waren die sechs Jahre von 2015 bis 2021 auch eine Sonderkonjunktur mit zwei Jobs und Gehältern, die ich so nicht nochmal haben werde. Und dafür merke ich jetzt jeden Tag, welchen Einfluss so ein Börsentag auf mein Vermögen hat. Und das war vorher nicht so. Also jetzt gerade in den letzten Tagen, da gab es immer ein vierstelliges Euro plus oder minus. Und das hatte ich vor zehn Jahren nicht. Da waren es dann eben diese zehn, manchmal 100 Euro. Und so hat sich das jetzt eben auch geändert und davon sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Kommen wir zum dritten Punkt. Der Dividendenstrom entwickelt sich erst über Jahre. Für viele von euch ist es mit Sicherheit interessant, wie sich der Dividendenstrom über die zehn Jahre entwickelt hat. 2014 bekam ich die ersten Dividenden meiner Einzelaktien. Da habe ich ganz schön in die Hände geklatscht, als da die, was waren es, 14 Euro von SAP, 20 Euro von Mercedes, Daimler oder ein paar Euro von Bayer, da kamen. Insgesamt habe ich in dem ersten Jahr 220,62 Euro erhalten. Das war überschaubar. Über die Jahre ist das dann natürlich kontinuierlich angestiegen. Ich habe ja eben schon gesagt, im Schnitt lag die Steigerung bei 30 Prozent. Es gab dann ein Jahr, wo es dann im einstelligen Bereich nur gewachsen ist. Das war nach dem Corona-Crash. Es gab aber dann auch jetzt zum Beispiel letztes Jahr, da ist die Dividendensteigerung bei über 42 Prozent gewesen. Und dann gab es auch noch Jahre, wo es dann über 30 Prozent, über 50 Prozent sogar am Anfang lag. Im Schnitt waren es ungefähr 30 Prozent. Besonders interessant ist jetzt der Blick auf die persönliche Dividendenrendite bei den Einzelaktien, die ich schon sehr lange halte. So liegt die jährliche Dividendenwachstumsrate, also CAGR, das steht für Compound Annual Growth Rate, von Novo Nordisk in den letzten fünf Jahren bei knapp 8 Prozent. Bei den eingangs erwähnten Apple liegt das Wachstum sogar bei 9,7 Prozent. Diese Wachstumsrate zahlt sich dann vor allem über einen langen Zeitraum aus. Es lohnt sich, daher bei Einzelaktien langfristig investiert zu bleiben, vorausgesetzt der Investment Case ist noch intakt. Im März 2017 habe ich von Novo Nordisk 36,01 Euro netto ausgezahlt bekommen. Im März 2023 waren es schon 63,57 Euro netto. Das macht insgesamt ein Plus von 76,5 Prozent über diese sechs Jahre. Ich habe seitdem auch leider keine Aktien mehr nachgekauft. Durch den Aktiensplit in diesem Jahr habe ich mittlerweile doppelt so viele Aktien wie beim Kauf im November 2016. Der Anstieg kam also allein durch die Dividendenerhöhung des Unternehmens zustande. Und heute liegt meine persönliche Dividendenrendite auf den Einstandskurs bei Novo Nordisk bei ganzen 24,42 Prozent. Bei Apple liegt sie nur bei 12,85 Prozent, aber auch das kann sich sehen lassen. Und die Aktie, die ich am längsten im Portfolio halte, ist übrigens Microsoft. Dort liegt meine persönliche Dividendenrendite auf den Einstandskurs sogar bei 29,08 Prozent. Das heißt, bei fast allen Aktien, die Dividenden zahlen und die ich seit mindestens fünf Jahren halte, liegt meine persönliche Dividendenrendite im zweistelligen Bereich. Zumindest laut Portfolio Performance. Es lohnt sich also vor allem auch bei Dividenden langfristig zu denken, denn der sogenannte Compounding-Effekt macht sich hier relativ schnell bemerkbar. Ich würde so sagen, ab fünf Jahren kann man das dann auch sehr gut erkennen. Das zeigen ja jetzt auch die drei Beispiele, die ich eben genannt habe. Übrigens, falls du dir den Zagr oder die persönliche Dividendenrendite mal anzeigen lassen willst, dann kannst du das entweder über Parkett machen oder über Portfolio Performance. Da kann man dann in den Aktienübersichten, kann man sich auch die Dividendenrendite im Schnitt über die Haltungsdauer anzeigen lassen. Das funktioniert alles sehr unkompliziert. In den ETFs macht sich dieser Effekt auch bemerkbar, wenn auch lange nicht so stark. Natürlich gibt es auch hier über die Jahre höhere Zahlungen, da die erhöhten Dividenden ja auch als Ausschüttung an die Investoren weitergegeben werden. In den ETFs sind aber häufig auch Unternehmen enthalten, die nicht jedes Jahr große Erhöhungen vornehmen oder auch Dividenden kürzen oder streichen. Und das gleicht das dann wieder aus, sodass die Erhöhungen nicht ganz so stark ausfallen. Und während der Corona-Pandemie gab es beispielsweise viele High-Dividend-ETFs, die weniger auszahlen konnten, weil beispielsweise die REITs, die dort ja stark vertreten sind, ihre Dividenden streichen oder kürzen mussten. Und der größte Kritikpunkt an der Dividenden-Strategie ist immer der Vorwurf, linke Tasche rein, rechte Tasche raus. Soll heißen, dass die Dividende vom Kurs abgezogen wird und dass auch noch Steuern anfallen. Das ist natürlich völlig richtig. Deshalb sei diese Form der Anlage auch nicht so toll, wie es immer klingt und Thesaurierer zu bevorzugen. Das sehe ich jetzt nicht so, weil durch die Teilfreistellung haben sich die Vorteile aber seit 2018 auch geändert und zwar zugunsten der Ausschüttungsvariante. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich persönlich sammle alle erhaltenen Dividenden und reinvestiere sie jeden Monat dann wieder. Das hat sich so über die Jahre etabliert. Und es ist ja nicht so, dass das Geld dann rumliegt, sondern das wird gleich wieder reinvestiert. Was mir an der pauschalen Kritik immer wieder vergessen wird, dass gerade viele amerikanische Unternehmen ihre Dividenden jedes Jahr erhöhen. Und an den drei Beispielen Novo Nordisk, Apple und Microsoft kannst du sehen, welche Auswirkungen die Erhöhung langfristig haben. Deshalb sind mir viele Kritikpunkte der Dividenden-Strategie immer zu kurz gegriffen, weil sie das gar nicht mit einkalkulieren. Ein Kritikpunkt, der stimmt aber nach wie vor auch mit Hilfe der Dividenden-Strategie, lässt sich nicht schnell in die finanzielle Freiheit entschweben. Der Prozess dauert viele Jahre. Am besten sieht man das bei Alexander von Rente mit Dividende, der jetzt zehn Jahre gebraucht hat, um Einzahlungen in Höhe von 500.000 Euro zu erreichen und eine monatliche Dividende in Höhe von im Schnitt 1.500 Euro im Monat zu haben. Schaut man sich aber die hohen monatlichen Einzahlungen von Alexander über die Jahre an, dann erkennt man schnell, dass das mit einem durchschnittlichen Gehalt gar nicht machbar ist. Und in der Vergangenheit habe ich ganz viel Feedback von Leuten bekommen, die ihr Depot komplett auf die Dividenden-Strategie ausgelegt haben und nach Jahren festgestellt haben, dass der Prozess ewig dauert, bis man breit diversifiziert nennenswerte Summen im Monat erhält. Und einige davon haben dann abgebrochen und komplett in ETFs investiert. Und was da an Kosten und Verlusten angefallen ist, das tut schon sehr weh. Deswegen nochmal zusammengefasst, es ist ganz wichtig, sich vorher genau zu überlegen, wo man hinmöchte, sich realistische Ziele zu setzen und sich auch eingehend mit Unternehmen zu beschäftigen. Weil auch hier merkt man die Renditen tatsächlich erst nach einigen Jahren. Und wenn man sich dann völlig utopische Ziele gesetzt hat, also beispielsweise im ersten Jahr 100 Euro Dividende, im zweiten Jahr dann 1000, das wird nicht funktionieren. Es sei denn, man hat halt auch entsprechend hohe Gelder, die man dann investieren kann. Anders funktioniert es gar nicht. Und wer stattdessen nur auf die Dividendenrendite schaut und dann in Kurskrücken wie 3M, AT&T, Altria, Moviasa, also das ist der Lachshersteller aus Norwegen, Covestro oder BSF investiert, nur weil sie eben eine hohe Dividendenrendite haben und sich dann im Nachgang die Performance vom MSCI World anschauen, dann wird man feststellen, dass sich diese Strategie nicht gelohnt hat. Denn das Vermögen, das wächst dann überhaupt nicht. Und um die Dividenden muss man sich dazu auch noch Sorgen machen, auch wenn es natürlich ein schöner Moment ist, wenn man dann im April oder Mai dann bei den deutschen Unternehmen dann gleich so einen großen Batzen an Geld bekommt. Aber dafür ist der Kurs dann halt um das Doppelte gesunken. Ein ähnliches Beispiel gibt es ja in diesem Jahr auch bei British American Tobacco. Die sind ja auch um 10 Euro oder über 10 Euro gefallen. Und da hat man natürlich schöne Dividendenzahlungen, aber der Kursverlust ist ja viel höher als die Zahlungen dann am Ende da waren. Und da, ich habe wirklich sehr, sehr viele Kandidaten gehabt, die genau auf diese Werte gesetzt haben und dann festgestellt haben, ja, das ist doch alles Quatsch. Ich schichte um und dann passiert hin und her, macht Taschen leer und man hat diese ganzen Verkaufskosten, man hat die realisierten Verluste und das ist dann natürlich doof. Deswegen immer vorher sich Gedanken machen und ungefähr so kalkulieren, dass es auch eine nennenswerte Erhöhung über die Jahre dann gibt bei den Dividenden. Und es ist völlig utopisch, dass man innerhalb weniger Jahre auf vierstellige Ausschüttungen im Monat bei normalen Gehältern kommt. Bei mir hat es nun zehn Jahre gedauert, bis ich auf eine Bruttodividendensumme von 30.000 Euro gekommen bin. Die Bruttodividendenrendite liegt bei 2,7%. Netto sieht es etwas anders aus. Da liegt die Dividendensumme bei über 24.000 Euro und die Dividendenrendite bei 2,12%. Jetzt ist aber so, die 1.000 Euro Grenze, die habe ich immer noch nicht durchbrochen. Was aber auch daran liegt, dass ich viele Unternehmen im Portfolio habe, die keine oder nur eine kleine Dividende zahlen. Also Beispiele dafür sind Netflix, Meta, Alphabet, Amazon oder auch PayPal. Und trotzdem lag die Bruttodividendenrendite auf die letzten zwölf Monate gesehen schon bei 3,02%. Das geht dort langfristig aber nach oben, wie man sieht. Und das wird jetzt über die kommenden Jahre auch noch weiter ansteigen. Und ich denke mal, dass ich dann im nächsten Jahr die ersten Monate habe, wo ich dann in den vierstelligen Dividendenbereich komme. Andere wie Alexander sind da schon angekommen. Aber wie gesagt, der konnte einfach auch sehr viel zurücklegen. Ja, kommen wir zum vierten Punkt. Der da lautet, ein breit gestreuter ETF allein reicht langfristig nicht aus. Was meine ich damit? In den 10 Jahren habe ich die ersten Jahre über zwei Sparpläne nur in zwei ETFs investiert. Ein MSCI World von DBX Trackers und ein Emerging Markets ETF von Comstage. 2014 war das Angebot bei den ETFs noch längst nicht so groß wie heute. Und seitdem änderte sich bei dem Emerging Markets ETF gleich zweimal der Anbieter. Also Comstage wurde Ende 2018 von Luxor gekauft und dann integriert. Und die Benennung des ETF wurde dann eben auch geändert. Und die wurden dann auch verschmolzen. Also Comstage und Luxor. Und im letzten Jahr wurde Luxor von Amundi übernommen. Und das gleiche Spiel gab es jetzt in diesem Jahr nochmal. Dieses Mal sogar mit einer Aus- und einer Einbuchung. Und das hat auch einen Einfluss auf die Ausschüttung. Denn während der Comstage Luxor ETF im August ausschüttete, zahlt der Amundi ETF erst im Dezember. Und das ist auch eins der Probleme, warum sich die Ausschüttung von ETFs nicht genau einplanen lassen. Doch zurück zu meinen ETFs. Bei meinem MSCI World handelt es sich um einen synthetischen ETF, den ich damals ausgewählt habe. Übersetzt heißt das, dass der Index nicht mit physischen Aktien abgebildet wird, sondern die Wertentwicklung erfolgt durch synthetische Indexnachbildung. Hier spielt auch das sogenannte Kontrahentenrisiko mit rein, was bedeutet, dass der Tauschpartner pleite gehen kann. Das kann unter Umständen dazu führen, dass es trotz Absicherung zu Verlusten kommen kann. Ich habe da ein ausführliches Interview mit Arne Scheel damals gemacht, als er noch bei Comstage war. Der ist ja jetzt mittlerweile auch bei Amundi. Und da erklärt er dieses Kontrahentenrisiko und auch die Problematik mit den synthetischen ETFs. Mittlerweile gibt es auch deutlich weniger Swap ETFs als 2014, wo ich meinen Sparplan aufgesetzt habe. Es gibt beispielsweise von Märkten, die sich nicht so einfach abbilden lassen, wie beispielsweise ein China ETF. Da arbeitet man noch mit synthetischen ETFs. Aber gerade bei diesen großen Indizes, das sind eigentlich fast alles Replizierer. Und das merkt man eben auch bei den Kosten. Denn ein zweites Problem an diesem ETF ist die hohe TER. Und seitdem ich investiere, also seit 2014, ist der ETF nicht runtergegangen. Das ist doppelt ärgerlich, denn ich würde freiwillig beim ETF heute nur noch auf physische ETFs setzen und ich würde noch mehr auf den Preis schauen. So kostet die synthetische Variante des MSCI World von X-Trackers immer noch 0,45 Prozent. Der Replizierer, der ist deutlich günstiger von X-Trackers. Und wenn wir jetzt den Spider MSCI Aquimi nehmen, das ist auch ein physischer Index, der kostet nur 0,17 Prozent und beinhaltet dabei auch noch deutlich mehr Unternehmen. Hier wurde der Preis aber erst in diesem Jahr deutlich runtergesetzt, wie Markus Weiß im Juni im Finanzrocker-Podcast erzählt hat. Und von daher, heute würde ich diese Entscheidung nicht mehr treffen. Ich habe jetzt den Sparplan vor drei Jahren geändert und investiere seitdem nur noch in einen physischen Fuzzi Developed World von Vanguard, der mit einer Kostenquote von 0,12 Prozent und 2134 Unternehmen sehr breit gestreut ist und auch ausschüttet. Trotzdem gehört der X-Trackers noch zu den drei größten Assets in meinem Portfolio. Bei der Größe macht eine solch hohe Kostenquote eines ETFs über 30 Jahre dann ganze 7500 Euro aus. Und darum werde ich 2024 meine Anteile an diesem ETF reduzieren und einen Teil meiner Gewinne dann auch realisieren und dann in einen anderen ETF stecken. Das habe ich mir jetzt zumindest vorgenommen. Zusammengefasst heißt das, der ETF-Markt hat sich hierzulande in den letzten Jahren sehr stark gewandelt und konsolidiert. Es gibt so gut wie keine kleinen Anbieter mehr. Dafür ist unter anderem mit Vanguard ein großer Player auf den deutschen Markt gekommen. Ich habe ja den Deutschlandchef Sebastian Külps vor, ich glaube, zwei Jahren auch ausführlich im Interview gehabt und habe darüber gesprochen, über den Schritt von Vanguard nach Deutschland. Und dann gab es vor etwas über einem Jahr nochmal ein Interview mit Vanguard bei El Dinero. Und da ging es um den neuen Robo-Advisor. Das war so ein Doppelinterview mit RISE ETF und mit dem neuen Robo-Advisor von Vanguard. Ja, und Vanguard hat den innerhalb eines Jahres eingestellt, weil er komplett gescheitert ist. Und laut Finance Forward hat sich dieses Projekt dann zu einem Millionengrab entwickelt. Auch der kleine Themen-ETF-Anbieter RISE wurde im September von ARK Invest übernommen. Das ist übrigens die Firma von Star-Investoren Casey Wood. Interessanterweise gab es dieses Doppelinterview und fast zeitgleich ist da auch eine ganze Menge passiert bei den beiden Anbietern. Das heißt also, wenn man das jetzt mal so betrachtet über die vergangenen zehn Jahre, von der Idee bis zur Rente nur in einen einzigen EDF zu investieren, kann man sich eigentlich verabschieden. Da verändert sich einfach zu viel. Das wird sich jetzt nicht mehr in dem Maße ändern wie in den letzten Jahren, weil es gibt einfach nicht mehr so viele Anbieter, die dann übernommen werden können, sondern die großen wie jetzt iShares oder Vanguard oder Amundi, die werden sich da die Marktanteile aufteilen. Das ist bei dann natürlich auch noch dazu. Und dann wird auch noch fleißig an den Indizes geschraubt. Und das ist mir aufgefallen bei dem X-Trackers All Country World Index ETF. Der wurde einfach über Nacht dann in einen nachhaltigen ESG-ETF umgewandelt. Und das bedeutet, dass einfach zahlreiche Unternehmen aus dem ETF rausgenommen wurden, ohne dass ich irgendeine Wahl gehabt hätte. Und so wie ich das sehe, war das auch nicht eine Ausnahme, sondern das kann durchaus auch nochmal bei anderen ETFs passieren. Und wenn ich das gar nicht will, muss ich den halt auch verkaufen und dann wieder auf den Neuen setzen. Und da ist sehr viel in Bewegung und deswegen ist es schwierig, dann immer nur in ein Produkt zu investieren, weil da sind ja auch Änderungen über die Jahrzehnte. Kommen wir zum fünften Punkt. Das Investieren in Einzelaktien ohne feste Regeln ist schwer. Ich habe ja eingangs schon gesagt, in den Anfangsjahren habe ich mich bei meinen Investments von diversen Artikeln oder Podcasts inspirieren lassen. Und als Neuling war ich das ideale Opfer der Investmentpornografie und natürlich auch der Bankberatung. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Und das bittere Ergebnis war wirklich ein dickes Minus bei diesen Werten und auch viel zu schnelle Verkäufe aus dem Depot in den Jahren 2013 bis 2015, 2016. Anfangs habe ich mich auch nicht groß mit den Unternehmen auseinandergesetzt, das muss ich zugeben, und die auch nicht intensiv analysiert. Ich habe dann ab 2015 angefangen, mich mit Kennzahlen und Unternehmensanalysen auseinanderzusetzen und bin dann meinen eigenen Weg bei der Aktienauswahl gegangen. Das lief seitdem deutlich besser, wobei ich sagen muss, dass ich erst 2020, Anfang 2021 mein Portfolio so grundlegend umgebaut habe, dass ich einerseits zufrieden war mit den Werten, die drin sind und auf der anderen Seite deutlich weniger Handel. Das macht sich dann auch bemerkbar. Ich habe das im Depotrückblick von Anfang 2021 nochmal ausführlich dargelegt, warum ich welche Werte jetzt verkauft habe und warum ich andere jetzt dazu genommen habe. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich deutlich weniger Handel, aber eben auch deutlich weniger Verlustbringer in meinem Depot habe. Ich habe auch festgestellt, dass Investments ohne feste Ein- und Ausstiegsregeln keinen Sinn ergeben. Und das ist eine Feststellung, die hat bei mir auch sehr lange gebraucht, weil man muss irgendwann die Notbremse ziehen, wenn die Kennzahlen nicht mehr stimmen und der Investment Case, den ich ursprünglich hatte, gar nicht mehr besteht. Und das ist auch dann nicht sinnvoll, immer weiter nachzukaufen, wie ich es damals häufig gemacht habe. Vor allen Dingen jetzt mit Unternehmen wie AT&T oder auch Fresenius, weil da ist das Minus nur noch größer geworden. Und das beste Beispiel war der Verkauf von Intel 2022. Hier haben die Kennzahlen nicht mehr gestimmt und die Aktie war sowieso schon auf der Kippe. Dann wurde gemunkelt, dass die Dividende in Gefahr war. Und da habe ich mich von der Aktie mit einem kleinen Gewinn getrennt. Kurz darauf wurde die Dividende gekürzt und die Aktie fiel ins Bodenlose. Mittlerweile ist sie fast wieder auf dem Stand wie von 2022, als ich sie verkauft habe. Aber die Dividendenrendite, die war halt auch noch deutlich kleiner und Intel hat nach wie vor noch große Probleme. Deswegen war der Verkauf auch absolut richtig und eine absolut gute Entscheidung. In diesem Jahr habe ich wieder eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich nach einer langen Leidenszeit von meinen Covestro Aktien getrennt und zum Glück zu einem günstigen Zeitpunkt. Aber hier gab es einfach kein Argument mehr, dass die Aktie noch länger im Depot bleiben sollte. Es gab ja die Übernahme Gerüchte. Dann ist die Aktie hochgegangen und ich habe sie trotzdem noch mit einem Minus verkauft. Aber das war für mich so der beste Zeitpunkt. Und auch die Entscheidung war absolut berechtigt. Bei anderen Aktien wie jetzt Fresenius 3M oder AT&T habe ich den Absprung ehrlicherweise nicht geschafft. Ich habe vor einigen Jahren ja auch immer wieder nachgekauft und das war ein Fehler. Und das muss ich mir dann auch immer wieder unter die Nase reiben, wenn ich ins Depot gucke und dann dieses gewaltige Minus bei diesen drei Aktien sehe. Ja, und wenn ich mir jetzt meine Aktien Performance der letzten Jahre anschaue und sehe, dass sie etwas unterhalb des Niveaus des MSCI World liegt, dann hätte ich mir den ganzen Aufwand rein theoretisch auch schenken können. Auf die genauen Renditen und den Vergleich mit dem MSCI World gehe ich dann später noch mal genauer ein. Ich habe in meinen letzten Depotrückblicken immer wieder darauf verwiesen, dass ich die durchschnittliche Halte dabei circa über 1000 Tagen halten möchte. Das hat in den letzten Jahren sehr gut geklappt und über zehn Jahre gesehen liegt sie jetzt bei 956 Tagen. Das heißt, im nächsten Jahr habe ich auch da die 1000-Tage-Grenze dann überschritten. Zusammengefasst heißt das, wer Aktien nur auf Basis irgendwelcher Artikel, Videos oder Podcasts kauft, wird damit in den meisten Fällen langfristig nicht glücklich. Nur wenn man sich selbst eingehender mit dem Unternehmen, dem Geschäftsmodell, der Branche oder auch den Kennzahlen beschäftigt, der weiß, in was er oder sie investiert hat. Und das ist mitunter ganz schön komplex. Du kannst ja gerne mal die Videos anschauen, die ich mit Clemens gemacht habe. Da sprechen wir beide über die Branche, die Geschäftsmodelle von den jeweiligen Unternehmen, die wir dann aus unseren Depots vorstellen. Und so mache ich das und Clemens macht das dann ähnlich. Und da sieht man eben schon, wie viel Arbeit da auch reinfließt. Und vor allen Dingen, diese Videos sind auch immer eine ziemliche Arbeit, wenn man dann die ganzen aktuellen Zahlen dann nochmal raussucht. Und da kann man sich dann ungefähr vorstellen, was für eine Arbeit das ist, wenn man viele Aktien hat, auch wenn sie durch Tools erleichtert wird. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Jedenfalls, wer regelmäßig die Unternehmen analysiert, der kommt dann auch nicht ins Schwitzen, wenn der Börsenkurs eines Unternehmens mal ordentlich nach unten geht, weil man einfach die Gründe besser einschätzen kann, warum dieses oder jenes passiert ist. Und man kann zumindest schon abschätzen, ob das jetzt so ein langfristiger Grund ist und man die Aktien dann verkaufen sollte oder ob das jetzt nur kurzfristig ist. Es gibt da immer wieder das Beispiel mit den amerikanischen Supermärkten, ob das nun Target ist oder Walmart. Target ist ja vor einigen Wochen ordentlich gefallen. Und da wurde unter anderem verkündet, dass die großes Problem mit Diebstählen haben. Und das ist ein generelles Problem in den USA. In den letzten zwölf Monaten durch die Inflation sind die Kosten einfach so gestiegen, dass viele sich normale Sachen des alltäglichen Gebrauchs nicht mehr leisten können. Und deswegen kam es verstärkt zu Diebstählen. Das merkt nicht nur Walmart und Target, sondern eben auch CVS und diverse andere Händler. Und dann ist der Aktienkurs eingebrochen. Dann haben sie aber kurz darauf dann wieder gute Quartalszahlen präsentiert und dann ist der Aktienkurs wieder um fast 20 Prozent nach oben gegangen. Und das gab es im letzten Jahr schon mal. Da war Walmart auch betroffen. Und das sind jetzt zum Beispiel so Beispiele, wo man von temporären Schwankungen da ausgehen kann. Das sind keine gravierenden Sachen. Bei Covestro beispielsweise, da ist es was ganz anderes. Durch die hohen Energiepreise hat das Unternehmen ja generell schon ein Problem. Und das wäre jetzt so ein langfristiger Fall, wo es eher Sinn macht, das Unternehmen dann aus dem Portfolio zu schmeißen. Ja, und darüber hinaus solltest du ein oder Ausstiegsszenarien festlegen und dich dann von der Aktie trennen, weil man sonst am Ende womöglich sehr viele abgestürzte Aktien im Portfolio hat. Und da habe ich ja dann auch 2020 Tabula Rasa gemacht und dann ein paar von den Loser Aktien mit Verlust verkauft. Und das ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen, mich von starken Verlustbringern zu trennen. Also da wohl Verluste in vierstelliger Höhe zu realisieren. Aber es bringt nichts, das dann noch durchzuschleifen, weil das kann ja noch Jahre so weitergehen. Und das war auch ein Prozess, den ich lernen musste. Das fällt mir mittlerweile einfacher, vor allem, weil ich mich deutlich eingehender dann eben auch mit den Unternehmen beschäftige. Und ich habe jetzt immer noch diese drei Aktien mit hohen Verlusten im Depot. Da habe ich aber zumindest die Hoffnung, dass bessere Zeiten kommen. Und ja, mal gucken, wann sie kommen. Kommen wir zum sechsten Punkt. Der lautet, unterschätze nicht die Kosten und hin und her macht Taschen leer. Also das ist praktisch so ein Doppelpunkt. Der wichtigste Punkt beim Vermögensaufbau ist das Achten auf die Kosten. In den ersten Berufsjahren hatte ich einfach gar nichts zum Zurücklegen. Und das wenige Geld, das ich über hatte, das wurde überwiegend unnötig ausgegeben. Das änderte sich tatsächlich erst mit meinem ersten regelmäßigen Sparplan. Das war der MSCI World Sparplan, den ich bei dem Punkt vorher auch schon erwähnt habe. Den habe ich, ich meine, im September 2014 gestartet. Und ich habe schon damals immer das Geld am zweiten jeden Monat auf mein Sparplandepot bewiesen, sodass ich es auch nicht mehr ausgeben konnte. Und das war eine super Selbstdisziplinierung. Und bei jeder Gehaltserhöhung oder dem zusätzlichen Verdienst aus der Selbstständigkeit kamen dann weitere Sparpläne oder Rücklagen dazu. Und das führte am Ende der 2010er Jahre dazu, dass das Depot jeden Monat vierstellig gefüttert werden konnte. Natürlich nicht jeden Monat, aber man hat schon gemerkt, dass es deutlich mehr wurde. Nun muss ich dazu sagen, dass ich sehr sparsam lebe. Ich habe kein eigenes Auto und selbst bei meinen Abos halte ich das in Grenzen, um einfach nicht zu viele monatliche Kosten zu haben, die dann auch noch völlig unnötig sind, weil ich die Sachen dann womöglich gar nicht nutze. Also das bedeutet, wenn ich jetzt gerade keine Serie auf Netflix habe oder zu viele Hörbücher bei Audible angesammelt habe, dann pausiere oder kündige ich dann auch wieder. Und das spart bei der großen Menge an Abodiensten im Jahr mehrere hundert Euro. Das muss man sich einfach nur mal zusammenrechnen. Und ich würde mir jetzt kein langfristiges Abo holen, wenn ich beispielsweise Netflix nur einmal im Monat nutze. Das wäre dann reine Geldverschwendung. Außerdem haben viele Dienste ständig Sonderangebote, die man gut nutzen kann. Also Disney Plus hatte beispielsweise im September so ein Angebot für insgesamt sechs Euro, drei Monate Disney Plus nutzen. Da überlege ich dann nicht zweimal, dann schließe ich das ab, auch wenn ich das jetzt nicht exzessiv nutzen sollte. Aber das macht einfach keinen Sinn, da vier Streaming-Dienste gleichzeitig zu bezahlen und dann nur einen zu gucken. Und das sind so Punkte, wo ich dann darauf achte. Eine ganz wichtige Anmerkung zu Kosten, die habe ich beim Thema Banken, weil auch bei den Banken sollten sich die Kosten in Grenzen halten. Ich kenne Leute in meinem Bekanntenkreis, die geben jeden Monat 15 Euro für ihr Premium-Girokonto aus und nutzen zusätzlich die vermeintlichen Vorteile nicht. Das heißt, diese 15 Euro, da ist dann meistens noch irgendeine Versicherung da mit drin und so ein paar andere Vorteile. Für mich wären das die 15 Euro nicht wert. Denn wenn ich mal überlege, im Jahr sind das 180 Euro, die ich nur zahle, weil ich einfach Angst vor dem Bankwechsel habe. Ich zahle nichts für mein Girokonto, sondern nur 1,90 Euro für meine Kreditkarte, weil ich die eben auf Auslandsreisen immer benötige. Aber ich bin durch meine Erfahrung mit großen Banken und deren Bankberatern auch so ein bisschen geschädigt, weil sie mich halt viel Geld gekostet haben. Und diese 180 Euro im Jahr würden mir da schon wehtun. Generell bin ich aber auch bereit, für ein gutes Girokonto Geld zu bezahlen. Habe ich beispielsweise für die Postbank auch gemacht, aber da war einfach der Service so schlecht, dass ich da gewechselt bin und ich würde auch keine 15 Euro im Monat zahlen. Da würde ich dann sofort zu einer günstigeren Bank wechseln. Nun hat sich auch hier im Vergleich zu 2013 sehr vieles geändert. Es gibt diverse Neo-Broker, die dafür gesorgt haben, dass die normalen großen Broker auch günstiger geworden sind. Bei den Banken hat sich unheimlich viel geändert. Es gibt jetzt beispielsweise nur noch einen Bruchteil am Bankfian. Ich kann dafür an der Supermarktkasse mein Geld abheben oder an vielen Orten dann mit der Karte bezahlen. Und ich kann jetzt eben auch bei Neo-Brokern Aktien und ETFs für 1 Euro kaufen und verkaufen. Im Sparplan ist das beispielsweise bei Trade Republic sogar komplett kostenlos und deutlich günstiger als bei der Konkurrenz der großen Banken. Trotzdem war das für mich jetzt kein Grund, alles über den Haufen zu schmeißen und mit meinem großen Depot komplett zu einem Neo-Broker zu ziehen. Fast alle meine Sparpläne laufen über Trade Republic jetzt, aber mein großes Depot, das läuft nach wie vor über MaxBlue bzw. die Deutsche Bank und daran wird sich auch nichts ändern, weil ich möchte bei einem Fintech keine sechsstelligen Depots liegen haben. Da zahle ich dann lieber 8,90 Euro für einen Trade und handele dann deutlich weniger. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht selbstständig aus meinem MaxBlue-Sparplan-Depot ETFs verkaufen, sondern muss entweder zum Berater und dem sagen, er soll es verkaufen oder ich muss die Hotline anrufen, damit die es dann verkaufen. Und in den FAQs, da steht was von den Bruchstücken, dass die der Grund sind, weil durch den Sparplan fallen ja immer wieder Bruchstücke an und die könne man dann nicht verkaufen. Bei Trade Republic kann ich auch Bruchstücke kaufen und verkaufen. Da funktioniert das ohne Probleme. Von daher habe ich mir dann einfach gesagt, ich mache mir das Beste aus beiden Welten zu Nutze und profitiere dann davon. Ich bin mit der Aufstellung absolut zufrieden. Und was ich eben nochmal sagen muss, ich weiß, was passiert, wenn man sein Depot umschichtet. Und ich weiß auch, wie viele Kosten da anfallen, weil das habe ich bei meinem Comdirect-Depot sehr anschaulich erlebt. Bis Anfang 2021 liefen meine Einzelaktien-Sparpläne alle über die Comdirect, weil ich konnte die Einzelaktien nicht über MaxBlue besparen. Da gab es nur eine Auswahl von 50 Aktien und da waren die, die ich besparen wollte, halt nicht dabei. Deswegen habe ich das über die Comdirect gemacht. Das war mir auf Dauer aber zu teuer, sodass ich mich für den Wechsel zum TMEDF-Portfolio entschieden habe. Und da die Transaktionskosten bei der Comdirect auch zwischen 13 und 15 Euro pro Trade liegen, kommt dann schnell eine gute Summe zusammen. Und im Nachhinein war das eine ziemlich dumme Entscheidung, weil es einfach sehr teuer und auch nutzlos war. Allein die Transaktionskosten für die Verkäufe der Sparplanaktien und Käufe der TMEDFs lagen bei 250 Euro. Und die Gesamtkosten, die lassen sich sehr anschaulich über Portfolio Performance und den Menüpunkt Zahlungen, Gebühren anzeigen. Und wenn man das so schwarz auf weiß sieht, dann tut das schon sehr weh. Also die Erfahrung habe ich auch mitgemacht und ich weiß, ich möchte das nicht nochmal machen, weil es einfach viel zu teuer ist. Also mir hat diese Aktion sehr deutlich gezeigt, warum hin und her die Taschen leer macht. Und wenn du jetzt entgegnest, dass es bei einem Neobroker deutlich günstiger wäre mit den Transaktionskosten, dann gebe ich dir recht, aber nur zum Teil, denn alle verkauften Aktien, die stehen zwei Jahre später deutlich höher als im Januar 2021. Die gekauften TMEDFs, die sind hingegen im Minus. Insgesamt liegt die Rendite jetzt bei minus drei Prozent. Und wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, habe ich durch diese Aktion eine knapp vierstellige Summe an Transaktionskosten, verpassten Kursgewinnen und nicht realisierten Kursverlusten gehabt. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, dass ich viele Aktien in den ersten Jahren nur ein bis zwei Jahre gehalten habe und sie völlig unnötig verkauft habe, dann könnte ich mir nachträglich auch in den Hintern beißen. Aber das sind auch so diese Rückschaufehler, die man dann immer hat. Und dieses hätte wäre wenn, hilft am Ende ja auch nicht. Aber ich hatte auch Kursraketen in meinem Portfolio wie Eli Lilly. Die haben in den zehn Jahren 420 Prozent plus gemacht oder eine IVU Traffic. 600 Prozent hat die gemacht. Die machen unter anderem diese Bezahlautomaten für Busse. Und die hatte ich auch im Depot, habe ich auch in einem Blogartikel damals vorgestellt, habe ich wieder verkauft. Und ja, stattdessen habe ich Rohrkrepierer wie Covestro oder Fresenius viel zu lange im Depot gehalten, obwohl schon damals die Zahlen nicht gestimmt haben. Aber hey, genau, genau das gehört zur Geldanlage an der Börse dazu. Also die Fehler, die sind enorm wichtig für mich gewesen. Und zusammengefasst ist für mich eins der wichtigsten Learnings, dass man auf die Kosten achten sollte und dass man nicht zu viel hin und her traden sollte, weil das immer Taschen leer macht und zulasten der Rendite geht. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, sich eingehen mit seinen Investments vorher zu beschäftigen und klare Kriterien festzulegen, wann man die Aktien wieder verkauft. Und auch auf die monatlichen Kosten solltest du achten, weil sich diese dann über die Jahre zu einem großen Batzen summieren. Ich bin jetzt absolut kein Frugalist, sondern gehe regelmäßig essen oder dann auch mal was trinken auf Konzerte oder ich mache auch Wochenendtrips, die auch nicht gerade günstig sind mit Hotel und Festival oder Konzerttickets, Essen gehen. Aber das gibt mir einfach auch etwas und dann gebe ich mein Geld dafür auch gern aus. Nur wenn ich jetzt regelmäßig zu Starbucks gehen würde für den teuren Cappuccino, dann würde das gewaltig ins Geld gehen und da hat man dann am Ende nicht ganz so viel von. Aber ich muss auch sagen, zum Glück haben wir in Lübeck kein Starbucks, aber in den USA habe ich da sehr viel Geld gelassen. Das war aber nur für einen überschaubaren Zeitraum und ja, selbst an die Starbucks-Ferien in den USA habe ich gute Erinnerungen. Kommen wir zum siebten Punkt. Mit Tools ein Überblick über Aktien, ETFs, Konten und das Vermögen erhalten. Ich habe in meiner Anfangszeit als Investor ständig auf dem Handy nach den aktuellen Börsenkursen geschaut und die Folge waren dann schlechter Schlaf und die ganze Zeit kreisten dann die Gedanken nur um dieses eine Thema und wie entwickelt sich die Aktie und der Börsenkurs und dann ging das hoch und runter und das führte dann dazu, dass ich dann schlecht geschlafen habe. Dabei ging es eigentlich nur um zwei oder dreistellige Summen, weil mein Vermögen damals ja nicht besonders groß war und die Relation hatte einfach völlig gefehlt vom Zeitaufwand und dann zum tatsächlichen Ertrag. Das ging in den folgenden Jahren komplett weg. Ich selbst habe durch meine Tools mittlerweile einen guten Überblick über das Börsengeschehen meiner zahlreichen Konten, Einzelaktien und ETFs. Musste auch nicht ständig reingucken, aber es ist enorm hilfreich, um den Verlauf zu checken und um auch zu überprüfen, ob irgendwelche Buchungen falsch gelaufen sind. Und deswegen ist das wichtigste Tool, was ich im Einsatz habe, Money Money. Das ist mein Tool für das Online Banking, mit dem ich jetzt seit achteinhalb Jahren arbeite. Alle meine Girokonten, Depots, Tagesgeldkonten und Kreditkarten habe ich dort angebunden. Auch alle Überweisungen laufen über das Tool und wo das wegen fehlender Schnittstellen nicht geht, muss ich mich noch einloggen. Also ich glaube bei N26 funktioniert es nicht, da muss ich das immer über N26 machen und über Trade Republic funktioniert es glaube ich auch nicht. Aber ansonsten funktioniert es zumindest bei allen Girokonten. Darüber hinaus bekomme ich eben auch alle Einzahlungen, Zinsen, Dividenden und Auszahlungen sofort mit, ohne mich überall einloggen zu müssen. Leider gibt es dieses Tool nur für den Mac, aber das ist für mich ein wirklich täglicher Begleiter geworden und das wichtigste Programm auf meinem MacBook, dicht gefolgt von Portfolio Performance. Damit checke ich meine komplette Vermögensentwicklung und Renditen seit 2014. Das funktioniert auch mit Parkett sehr gut und vor allem ist Parkett auch optisch ein bisschen ansprechender, aber Portfolio Performance ist noch deutlich umfangreicher. Du kannst dir gerne mal meine Videos anschauen, die ich zu Portfolio Performance gemacht habe, falls es dir zu komplex ist. Das ist ja ein Feedback, was ich immer wieder bekomme, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist Portfolio Performance eigentlich auch total einfach, aber Parkett ist tatsächlich schöner und besser aufbereitet und falls du dich dafür interessierst, dann hör doch gerne nochmal in das Interview mit dem Gründer Sumit Kuma rein, das ich im Mai veröffentlicht habe. Was die Nahverfolgung einzelner Aktien angeht, funktioniert das am besten für mich mit Seeking Alpha, die mir auch einmal am Tag eine Mail mit den drei Top- und Flop-Aktien zuschicken und bei der langfristigen Geldanlage braucht man solche Statusmeldungen natürlich nicht unbedingt, zumindest dann nicht, wenn man von den Aktien im Portfolio überzeugt ist. Trotzdem finde ich das persönlich immer sehr hilfreich, weil gerade wenn da so ein großes Minus ist, dann hat es immer irgendeinen Grund und den möchte ich dann schon sehen. Und dann gucke ich mir dann auch die News zu der Aktie nochmal genauer an. Und solltest du bei den nächsten schlechten Quartalzahlen dann schon wieder über einen Verkauf nachdenken, dann ist das jetzt keine Aktie, die du langfristig an deinem Portfolio behalten möchtest. Dennoch ist es sehr hilfreich, die Hintergründe für diese Kursbewegung eben zu erfahren. Und ausgewählte Kennzahlen lassen sich ebenfalls gut mit Seeking Alpha nachverfolgen. Und mit Parkett erhalte ich in der App jeden Tag auch einen Überblick über den Börsentag meiner Top- und Flop-Aktie und dann noch so ein Börsenzitat. Das finde ich auch sehr schön aufgemacht. Und auch mit Portfolio Performance und auch dem Aktienguide bekomme ich einen guten Überblick über das Tagesgeschehen in meinem Portfolio, wenn ich es denn brauchen sollte. Gerade der Aktienguide hat jetzt auch ein neues Dashboard gelauncht mit einer Menge guter Kennzahlen und den Ex-Dividendentagen, die eine Rolle spielen. Und ich habe da ein Beispiel aus dem November, Anfang November ging in meinem Portfolio um 4,72 Prozent nach oben. Da wollte ich dann natürlich wissen, welche Aktien so stark nach oben gegangen sind. Und das waren alles Aktien aus der zweiten Reihe, wie jetzt Pinterest plus 27 Prozent, Arista plus 20 Prozent, Garmin plus 16 Prozent, Tor Industries plus 13 Prozent, Qualcomm plus 9,6 Prozent oder auch Starbucks mit plus 8,42 Prozent. Und ohne die Tools hätte ich keinen so guten Überblick über die Geschehnisse in meinem Portfolio und ich hätte auch nicht gewusst, welche Aktien jetzt dazu beigetragen haben, dass das Portfolio so nach oben gegangen ist. Von daher, ich finde das sehr hilfreich. Und zusammengefasst heißt das, bei einem Blick in die Depots sind fast alle Kennzahlen nicht sichtbar. Man bekommt halt nur die momentanen Gewinne oder Verluste angezeigt. Und das war's dann. Wer einen genaueren Blick auf Rendite, Branchenverteilung oder Kontobewegung werfen möchte, der muss mit Tools arbeiten. Diese müssen auch nicht teuer sein, denn Money Money zum Beispiel gibt es nach wie vor zu einem Gesamtpreis von 30 Euro. Portfolio Performance ist komplett kostenlos und auch der Aktienguide kostet nur 9,90 Euro im Monat bei jährlicher Zahlung. Und für die ganzen Daten, die zur Verfügung gestellt werden, ist das ein fairer Preis. Gleiches gilt übrigens auch für Parkett. Das kostet sogar noch mal ein bisschen weniger im Monat. Und wenn man jetzt nur ein bis zwei ETFs hat, dann ist es auch kostenlos. Dann lohnt sich das da auch. Bei Seeking Alpha lohnt es sich, nach Rabatten Ausschau zu halten. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Dezember das für 25 Dollar für ein Jahr gekauft. Normalerweise kostet es uns 99 Dollar. Dann lohnt es sich wirklich nach diesen Rabatten Ausschau zu halten, weil man dann nur einen Bruchteil vom Originalpreis bezahlt. Vor allem an so Tagen wie Black Friday oder vor Weihnachten. Da kann es sich lohnen, genauer hinzuschauen. Kommen wir zu Punkt 8. Bei alternativen Investments sollte das Rendite-Risikoprofil stimmen. Was meine ich damit? Seit 2015 habe ich einige alternative Investments ausprobiert. Das waren zwar meistens kleinere Positionen in meinem Portfolio, aber das hat völlig dafür gereicht, um einen tieferen Eindruck von dem jeweiligen Investment oder der Plattform zu erhalten. Die meisten Erfahrungen habe ich damals noch im unregulierten P2P-Bereich gemacht. Mittlerweile sind viele Plattformen von der EU reguliert, aber ich bin schon 2022 aus den meisten Plattformen ausgestiegen, weil das Risiko-Rendite-Profil dort für mich persönlich einfach nicht mehr gestimmt hat. Die Zinswende, die Corona-Pandemie und auch der Krieg in der Ukraine haben viele P2P-Angebote obsolet gemacht. Denn das Risiko, dort Verluste zu erleiden, hat sich mittlerweile stark erhöht. Woran liegt das? Nehmen wir mal die P2P-Plattformen, die sich auf die Finanzierung von Immobilienprojekten fokussiert haben als Beispiel. Estate Guru lief bis 2020 herausragend und ohne Ausfall. Aber seit der Corona-Pandemie sind so viele Projekte im Verzug, dass es sehr lange dauern kann, bis man sein Geld zurückbekommt. Das hat mit den stark gestiegenen Kosten im Baubereich zu tun, teilweise aber auch mit einer ziemlichen Fehlplanung der Projekte. Heutzutage würde ich mein Geld nicht mehr in solche Projekte investieren und von meinen 50 finanzierten Projekten bei Estate Guru ist aber nur ein einziges im Verzug. Hier habe ich rechtzeitig den Absprung geschafft und ich war jetzt von 2017 bis 2021 noch regelmäßig investiert und danach habe ich das dann sein lassen. Ich habe ja auch immer in meinem Po-Rückblick darüber gesprochen und das hat bis 2021 hat es ja noch gut funktioniert und wurde danach leider Gottes immer schlechter. Die schlechteste Plattform, in die ich investiert habe, war aber Crowdestor. Da liegt mein Verlust mittlerweile bei über 400 Euro. Die Projekte klangen 2019 zumindest interessant, aber mittlerweile sind viele in sich zusammengebrochen. Das waren jetzt unter anderem Renovierungsprojekte historischer Gebäude in Riga, Restaurantprojekte in Russland oder auch ein touristisches Projekt wie beispielsweise eine Luxusjacht-Vermietung in Malaysia, Thailand und Kambodscha. Und bei einem zweijährigen Stopp aller touristischen Aktivitäten in Südostasien ist offensichtlich, dass der Kredit nicht wieder zurückgezahlt werden konnte und aktuelle Stände über den Rückholungsprozess der einzelnen Projekte gibt es nicht. Die Restaurants in Russland kann ich wohl auch komplett abschreiben und auch bei den Immobilienprojekten habe ich nur noch eine geringe Hoffnung, dass sie weitergeführt oder die Gelder zurückgeholt werden. Man darf aber nicht vergessen, bei einer Rendite jenseits der 10% sind die Risiken einfach grundsätzlich sehr hoch. Ja und gerade bei Crowdestor lag aber auch intern einiges im Argen und da hat gerade in der Kommunikation mit den Investoren nicht viel gestimmt. Das hat Estate Guru beispielsweise über die Jahre viel viel besser gemacht. Das Resultat ist jetzt vergleichsweise ein hoher Ausfall von zehn Projekten. Komplett zurückgezahlt wurden nur sieben Projekte und hier hat für mich jetzt das Rendite Risikoprofil einfach nicht funktioniert. Auch reinvest24 hat mittlerweile mit einigen Problemen zu kämpfen. Das hängt zum Teil mit der Preisexplosion der Immobilienprojekte zusammen, aber auch die merkwürdigen internen Strukturen und die waghalsigen Projekte in Moldau haben das Vertrauen in die Plattform stark schrumpfen lassen. Von meinen zwölf finanzierten Projekten sind bisher aber nur zwei stark verspätet und da gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, dass da auch die Gelder wieder fließen. Künftig werde ich aber auch bei reinvest24 nicht mehr investieren. Der Platzhirsch Bondora hat dafür mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Bondora Go & Grow war ein gutes Projekt für eine Zeit ohne Zinsen. Seitdem sich die Zinsen erhöht haben, macht es aber nicht mehr viel Sinn, in riskante P2P-Kredite bei niedrigen Zinsen von 4%, wie jetzt bei Go & Grow Unlimited, beziehungsweise 6,75% beim normalen Bondora Go & Grow zu investieren. Und ich habe jetzt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mein Geld nach und nach von Bondora auf meine Tagesgeldkonten umschichte. Bei Trade Republic bekomme ich auch 4% Zinsen. Da ist das Risiko aber nicht ganz so hoch wie bei Bondora. Die Frage ist natürlich, wie lange zahlt Trade Republic diese 4%. Also das kann ja im nächsten Jahr auch wieder ganz anders aussehen. Ja und ich habe jetzt vierstellige Erträge in vier Jahren bei Bondora Go & Grow erhalten und kann zum Endergebnis sagen, das hat für mich sehr gut funktioniert über die vier Jahre. Aber auch hier stimmt das Risikorenditeprofil einfach nicht mehr. WeInvest, das lief über Jahre gut. Das ist auch eine der längsten Plattformen, in die ich investiert bin. Aber in den letzten zwölf Jahren gab es technische Probleme auf der Plattform, CEO-Wechsel und noch einige andere Dinge. Und mein Vertrauen ist hier einfach auch komplett flöten gegangen und ich habe fast mein ganzes Geld abgezogen. Das hat auch reibungslos funktioniert, aber es hat über zwölf Monate gedauert und da ist immer noch Geld drin. Und die haben jetzt einfach mal innerhalb der letzten Monate den minimalen Auszahlungsbetrag auf 50 Euro angehoben. Das heißt, es dauert immer ziemlich lange, bis ich mir Geld überweisen kann. Aber für mich hat sich auch hier das Risiko absolut gelohnt. Gleiches gilt auch für Mintos, aber da bin ich schon vor zwei Jahren ausgestiegen. In fünf Jahren konnte ich knapp 400 Euro an Zinseinnahmen erhalten. Da sind die diversen Ausfälle der Darlehens an Bahner schon eingerechnet. Aber auch hier investiere ich nicht mehr. Interessanterweise hat mit Augsmane der einzige deutsche Anbieter das Geschäft mit den Privatkrediten mittlerweile komplett eingestellt. Meine Rendite lag am Ende bei kümmerlichen 2,5 Prozent, aber immerhin nicht im Minus. Und Lendico hat es schon vor einigen Jahren gemacht und das eingestellt. Aber hier habe ich 2023 immer noch Rückzahlungen von verzögerten Krediten erhalten. Trotzdem liege ich auch hier am Ende knapp im Minus. Generell kann man sagen, die beiden deutschen Plattformen hatten ein ganz schlechtes Risiko-Renditeprofil, weil die Zinsen nur halb so hoch waren im Vergleich jetzt zu den baltischen Plattformen. Und das Gleiche kann ich übrigens auch sagen zu diesen Immobilienplattformen in Deutschland. Die zahlen ja auch deutlich schlechtere Zinsen als die Firmen aus dem Baltikum. Und auch hier stimmt überhaupt nicht das Risiko-Renditeprofil. Und deswegen habe ich dort von vornherein gar nicht investiert. Das klingt jetzt alles ziemlich negativ, aber von 2015 bis 2023 waren P2P-Kredite als Anlageklasse für mich sehr lukrativ. Insgesamt liegt die Rendite bei den P2P-Krediten trotz der Ausfälle bei 102,01 Prozent. Das ist natürlich nicht schlecht für vergleichsweise wenig Aufwand. Das Risiko hat sich an dieser Stelle wirklich gelohnt, aber mittlerweile lohnt es sich einfach nicht mehr, in P2P-Kredite zu investieren. Zumindest für mich persönlich. Das wird jetzt mein sehr geschätzter Podcast-Stammgast Lars Frobel vermutlich anders sehen. Grüße gehen raus. Aber wer sich weiterhin dafür interessiert, der ist bei Lars und seiner Webseite Passives Einkommen mit P2P dann an der richtigen Adresse. Und Lars steckt ja auch wirklich da in den ganzen Themen sehr stark drin. Auch bei Kryptowährungen hat sich das Risiko gelohnt. Meine kleine Position lieferte seit 2019 eine Rendite von 157,9 Prozent. Das klingt jetzt sehr lukrativ. Was man hier aber nicht vergessen darf, die Schwankungen waren wirklich extrem. Also von minus 30 Prozent im Monat bis zu plus 32 Prozent war alles dabei. Und deshalb werde ich meine Position auch nicht weiter erhöhen. Ich muss zugeben, mir sind die Schwankungen hier einfach zu groß, um bei einer größeren Position gut schlafen zu können. Was sich hingegen gar nicht gelohnt hat, das waren meine Investitionen in exklusive Assets wie Uhren, Whisky, Sammelkarten oder Schuhe über Timeless Investments. Da hatte ich ja den Geschäftsführer und Gründer im Podcast Interview und ich habe ja im Vorfeld das getestet und die App ist nach wie vor wirklich gut. Aber die ganzen Prozesse dahinter, das war leider nicht überzeugend. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Rendite ist natürlich noch nicht so gut, weil die Investments ja über zwei bis drei Jahre getätigt werden sollen, bis diese Assets dann verkauft werden und man eine Rendite bekommt. Leider war aber auch hier die Kommunikation der Plattform katastrophal. Und das durfte ich am eigenen Leib erfahren, nachdem eine von meinen investierten Uhren bei dem großen Tresordiebstahl in Berlin im vergangenen Jahr gestohlen wurde. Und ich weiß nach über einem Jahr immer noch nicht, um welche Uhr es sich handelt. Also ich habe drei Uhren in meinem Portfolio. Eine von denen ist betroffen. Das eine ist sogar eine doppelte Uhr von Dominos Pizza. Das ist so ein ziemlich gutes Sammlerstück, was auch von der Rendite ordentlich nach oben gegangen ist. Aber ob es sich darum handelt oder eine von den anderen beiden, kann ich nicht sagen. Es gab jetzt alle drei bis vier Monate ein kurzes Update auch über das Thema Versicherung. Und das letzte war dann auf einmal auf Englisch. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und seit der Geschichte investiere ich dort auch nicht mehr. Also der Diebstahl, der war ja schon im vergangenen Jahr. Und da war die Kommunikation von Anfang an so schlecht, dass ich dann gleich gesagt habe, hier investiere ich jetzt nicht weiter. Und das ist übrigens auch ein Phänomen, was man in den ganzen Bewertungen auf den Portalen, bei Google oder anderen sieht. Das ist sehr, sehr schlecht, das Feedback, was dort gegeben wird. Ja, aber zum Glück war es bei mir nur eine sehr kleine Position. paar hundert Euro. Und ja, auch hier muss ich einfach abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Von NFTs und anderen Sachen habe ich von vornherein die Finger gelassen, weil das aus meiner Sicht eine absolute Blase war. Und zusammengefasst heißt das jetzt, ich war mir des Risikos bei den alternativen Investments immer bewusst und habe den Anteil an meinem Gesamtportfolio immer bei um die fünf Prozent gehalten. Heute liegt er nur noch bei vier Prozent. Das ist insgesamt trotzdem noch eine fünfstellige Summe, weil mein Bondora-Anteil immer noch fünfstellig ist. Und dieses Risiko ist jetzt über die acht Jahre belohnt worden. Aber wäre der Anteil noch größer gewesen, hätte ich kein so entspanntes Gefühl gehabt. Und von daher ist mein größtes Learning hier, dass man sein persönliches Rendite-Risikoprofil sehr gut selbst einschätzen sollte, um nicht hinterher über große Verluste zu trauern. Und ich kenne einige Leute, bei denen das ordentlich in die Hose gegangen ist, mit Kryptos, mit P2P-Krediten oder auch NFTs. Sie wurden in erster Linie von Gier getrieben und haben das völlig falsch eingeschätzt. Und sobald die Gier überhand gewinnt, ist das Rendite-Risikoprofil für mich sehr schlecht. Kommen wir zu Punkt Nummer neun. Immer investiert bleiben ist hier die Headline. Und bei jeder kleinen Korrektur oder jedem Crash wird von den Börsenmedien, aber auch von YouTube-Kanälen immer wieder darauf verwiesen, dass man die Aktie möglichst schnell wieder verkaufen sollte, bevor es noch weiter runtergeht. Und aus meiner Sicht ist das ziemlicher Quatsch, weil da erstens wieder diese immensen Transaktionskosten anfallen. Und es gibt das berühmte Sprichwort von Andrej Kostolani, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Denn häufig verpassen die Anleger dann wieder den richtigen Einstiegszeitpunkt und profitieren dann auch nicht von den Kurssteigerungen. Und das wurde vor allem nach dem Corona-Crash sehr deutlich, wo viele Werte bis zu 30 Prozent, teilweise auch mehr verloren, aber nur wenige Monate später schon wieder einen deutlich höheren Kurs hatten. Wer da jetzt panisch seine Aktien oder ETFs auf den Markt geschmissen hatte, kam gar nicht so schnell wieder rein. Und das beste Beispiel, was ich immer wieder nennen kann, das war damals der ETF-Riester von Fair, der an den Regularien am Ende gescheitert ist, weil er alle Anteile auf dem Tiefpunkt verkaufen musste und erst am Höhepunkt wieder reinvestieren konnte. Und das heißt, für die Anleger war das natürlich eine Vollkatastrophe, weil es am tiefsten Punkt verkauft wurde. Und den ganzen Anstieg hat man gar nicht mehr mitgemacht. Und das ist für mich wirklich ein wahrendes und eindrückliches Beispiel, warum man das nicht machen sollte. Weil keiner weiß, wie lange so eine Korrektur oder ein Crash dauert. Das kann, wie im Corona-Fall, zwei bis drei Monate dauern. Das kann aber auch zwei bis drei Jahre dauern. Also wenn wir den Crash von 2008, 2009 nehmen, der hat ja zwei Jahre gedauert, bis die Kurse dann wieder wirklich nach oben gingen. Und danach ist eine richtige Hosse über zehn Jahre entstanden. Aber man kann es nicht voraussagen. Und deswegen, wenn man von seinen Werten überzeugt ist und es keinen wirklich validen Grund gibt, die zu verkaufen, dann sollte man auch investiert bleiben. Ein weiteres Learning in dem Zusammenhang sind Investments in Hype-Aktien, die man gar nicht langfristig halten will. In Krisensituationen wird dort nämlich immer zuerst die Luft rausgelassen. Und da fallen mir die ganzen vermeintlichen Corona-Gewinner ein, wie jetzt Zoom, die haben minus 83 Prozent gemacht. Oder Peloton, die haben vom Höchstkurs minus 97 Prozent gemacht. Und ich meine, Peloton, das war das große Hype-Thema. Das waren ja diese Fahrräder mit Bildschirmen, die sich ganz viele Menschen dann während der Corona-Pandemie bestellt haben, weil sie nicht mehr ins Fitnessstudio konnten. Und ja, nach Corona war die Nachfrage dann komplett vorbei. Dann sind sie auch implodiert. Und als Langfristinvestor gehören solche Aktien jetzt nicht in mein Depot. Und ich versuche, solche Werte ja dann auch über die Themen-ETFs abzubilden. Wobei das ja auch nicht wirklich gut gelaufen ist. Aber da ist das Risiko trotzdem geringer, als wenn ich jetzt nur in eine Aktie investiere. Und auf der anderen Seite, es gibt ja auch Themen-ETFs wie beispielsweise die Semiconductors, die in diesem Jahr überragend gelaufen sind. Aber allein wegen Nvidia. Und in Nvidia habe ich noch nie investiert und werde ich wohl auch nicht. Dafür ist sie einfach zu heiß gelaufen. Und da fühle ich mich persönlich einfach auch wohler mit so einem breiter gestreuten Themen-ETF. Auch wenn dieser ETF jetzt nur aus 25 Aktien besteht. Aber generell nochmal der Punkt vielleicht hierzu. Wenn die Aktien im eigenen Portfolio zu heiß gelaufen sind, ich sie aber nicht komplett aus dem Portfolio rausnehmen möchte, dann mache ich einen Teilverkauf. Und das habe ich zuletzt bei Novo Nordis gemacht, sodass ich meinen kompletten Einsatz, den ich 2016 investiert habe, rausgenommen habe. Und jetzt nur noch die Gewinne weiterlaufen lasse. Weil diese Position, die war mittlerweile fast doppelt so groß wie der Portfoliodurchschnitt. Und das hatte auch einen immensen Effekt auf die Branchenverteilung. Denn Chemie, Pharma, Gesundheit, das war meine mit Abstand größte Branche. Und hier war einfach ein Ungleichgewicht. Und deswegen habe ich ein Rebalancing vorgenommen. So gehe ich persönlich damit um. Und ich habe jetzt auch keinen Grund gesehen, warum ich jetzt noch mehr von dieser Position von Novo Nordisk verkaufen sollte. Weil die Geschäfte, die laufen sehr, sehr gut und die werden in den nächsten Jahren auch noch weiter gut laufen. Deswegen lasse ich Novo Nordisk im Depot. Und es ist nach wie vor die mit Abstand größte Position in meinem Portfolio. Zusammengefasst heißt das, beim langfristigen Vermögensaufbau ist es wichtig, die Aktien auch wirklich für einen langen Aufenthalt im Depot auszuwählen. Ich habe ja schon von meiner persönlichen Dividendenrendite erzählt, die ja auch erst über die Jahre so stark angewachsen ist. Und wenn sonst die Gründe für die Investitionen noch intakt sind, dann ist es nicht sinnvoll, sie unüberlegt zu verkaufen. Und wenn die Kurse heiß gelaufen sind, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich von ein paar Anteilen zu trennen. Muss man nicht machen. Aber ich sage ja immer, man muss ein gutes Gefühl haben. Man muss gut schlafen können mit dem eigenen Portfolio. Und wenn da so eine Unwucht sowohl bei der Branchenverteilung als auch bei der Größe der Position da ist, dann muss man handeln. Und ich hatte das in der Vergangenheit unter anderem schon bei Parker Hennepin und bei dir während der Corona-Pandemie. So hat sich die Aktie von dir ja von 100 Euro auf 400 Euro vervierfacht. Und ich bin dann irgendwann rausgegangen, weil das war mir einfach zu schnell ein so großer Anstieg. Und deswegen habe ich mich auch von den Aktien getrennt und habe sie, nachdem sie jetzt ein ganzes Stück gefallen sind, wieder ins Depot geholt. Weil grundsätzlich bin ich von dir überzeugt, aber diese Vervierfachung innerhalb von zwei Jahren, das war einfach für mich zu viel. Aber es ist, wie gesagt, nicht sinnvoll in einem Crash oder einer Korrektur alles zu verkaufen, nur weil an der Börse eine Schwächephase ist, weil am Ende verursacht das nur Kosten und schmälert die Gewinne. Und auch diese Erfahrung musste ich einige Male schmerzlich machen, gerade am Anfang. Und ja, heute versuche ich sie einfach nicht mehr zu machen. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt Nummer 10, Erinnerungsdividenden darf man nicht vergessen. Das heißt, Sparen und der langfristige Vermögensaufbau, das sind wirklich eine tolle Sache, aber das Geld lässt sich erst in der fernen Zukunft wirklich nutzen, wenn man den Zinseszinseffekt nicht abwürgen möchte. Das heißt, wenn man jetzt immer wieder das Geld rausnimmt, wenn man sich irgendwas leisten möchte, dann verzinsen sich die Zinsen halt nicht weiter. Und ich habe in den letzten Jahren viele Geschichten gehört, wo die Menschen gar nichts mehr davon hatten. Die haben ihr Leben lang gespart, zurückgelegt und konnten das überhaupt nicht mehr nutzen. Und das ist für mich der absolute Super-GAU. Und am schlimmsten fand ich die Geschichte von einem Arbeitskollegen meiner Lebensgefährtin, der einen Monat, nachdem er in Rente ging, gestorben ist. Und es gab noch zwei ähnliche Geschichten in meinem Umfeld in den letzten zwei Jahren, die mich hier bestärkt haben, einfach noch mehr darauf zu achten, das Geld dann auch zu nutzen für Änderungsdividenden. Das heißt, für mich sind es jetzt Reisen. Und die möchte ich jetzt nicht auf die Rente schieben, also auf 20 oder 30 Jahren, weil das gar nicht gegeben ist, dass ich überhaupt noch reisen kann bzw. überhaupt noch am Leben bin. Man weiß es nicht. Und wenn ich jetzt mein ganzes Leben nur gespart habe und Vermögen aufgebaut habe, aber nicht gelebt habe, dann kann einem ganz schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Und deshalb ist es für mich extrem wichtig, mein Geld auch für Änderungsdividenden zu sparen und diese dann auch relativ zeitnah wieder einzulösen. Weil ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass jetzt eine Corona-Pandemie kommt, die meinen dreimonatigen Trip durch Asien und Australien komplett zunichte macht. Jetzt ist es dann ein Trip durch die USA geworden. Das war eine absolut unvergessliche Erinnerungsdividende, die zehn Wochen durch die USA. Da habe ich ja sehr ausführlich im Podcast Folge 203 darüber berichtet und ich habe jahrelang dafür gespart und mir tat am Ende nicht ein einziger Dollar davon weh, auch wenn die Reise wirklich extrem teuer war. Ich zehre heute noch von den ganzen Erlebnissen, etwas wehmütig zwar, aber ich zehre immerhin noch davon und gleiches gilt natürlich auch für meine sechs Monate in Neuseeland, die sogar noch etwas teurer waren, aber die ich ebenfalls nicht missen möchte und auch die Reisen durch Asien haben enorm viele Erinnerungsdividenden hervorgebracht und von daher versuche ich immer die richtige Balance aus Sparen, Vermögensaufbau und Erlebnissen zu finden. Man muss dafür nicht ins Ausland fahren oder fliegen. Man kann das auch in Deutschland finden, jeder wie er mag und mir gelingt diese Balance nicht immer, manchmal bin ich dann auch zu sehr aufs Sparen fixiert, aber grundsätzlich bin ich mit dem Aufbau zufrieden. Zusammengefasst heißt das, kümmere dich neben dem Vermögensaufbau auch um deine Erinnerungsdividenden, denn wer nur für das Alter spart und nicht für das Leben, der verpasst am Ende womöglich das Beste und Erinnerungsdividenden sind für mich jetzt aber nicht Gegenstände, sondern konkrete Erlebnisse, von denen man lange zehrt, weil ich persönlich habe von einem neuen Auto, auch wenn es ein Tesla ist, nicht so viel. Das ist ein Gebrauchsgegenstand und das ist für mich jetzt keine Erinnerungsdividende. Ja, damit bin ich jetzt fast am Ende angekommen. Es fehlen nur noch die Gesamtrenditen der unterschiedlichen Assets. Damit du verstehst, wie die Renditen errechnet wurden, eine kurze Erklärung. Die gleich genannten Renditen sind die zeitgewichteten Renditen aus Portfolio Performance. Das bedeutet, dass sie unabhängig von Ein- und Auszahlung sind. Und um die Renditen der Anlageklassen über zehn Jahre zu tracken, wurden die einzelnen Aktien, ETFs oder auch Anleihen der jeweiligen Asset-Klasse zugeordnet und dann die Gesamtrendite über die zehn Jahre angezeigt. Die Screenshots aus Portfolio Performance findest du wie gehabt im Blogartikel. Und die Rendite von P2P-Krediten und Kryptowährung, die habe ich ja schon genannt. Ja, der Stichtag war der 23.11.2023, also Thanksgiving. Das heißt, da waren die amerikanischen Börsen auch zu. Das war also ein guter Tag, um die Renditen zu ziehen. Ja, kommen wir zur Gesamtperformance der Aktien. Die liegt bei 174,68 Prozent laut Portfolio Performance. Die Gesamtperformance bei den Anleihen liegt bei 7,29 Prozent. Die Gesamtperformance aller ETFs, die ich habe, also nicht nur MSCI World, liegt bei 66,37 Prozent. Spielen natürlich die Themen-ETFs ganz gewaltig mit rein und ziehen die Gesamtperformance dann auch runter. Wenn wir uns jetzt die Performance vom MSCI World von X-Trackers und zwar von dem synthetischen anschauen, dann kann ich ja nicht den Blick aus Portfolio Performance nehmen, weil da trackt er ja erst seit dem ersten Kauf, den habe ich im August, September 2014 erst gemacht. Deswegen habe ich die Performance-Zahl von Extra ETF genommen und die liegt in den letzten zehn Jahren bei 175,46 Prozent. Das heißt, ich bin 0,8 Prozent mit meinen Aktien schlechter gewesen als der MSCI World. Das Ergebnis finde ich nicht schlecht, aber ist jetzt auch kein Grund, um mir auf die Schulter zu klopfen und ich habe auch nicht als Ziel, den MSCI World ständig zu schlagen, aber er ist halt ein passender Vergleichsindex. So, jetzt nochmal die letzte Zahl, das ist die Gesamtperformance vom Depot und die liegt seit 2013 bei 56,65 Prozent. Jetzt wirst du dich fragen, warum die Gesamtperformance so viel schlechter ist als die Aktienperformance und das hängt in erster Linie damit zusammen, dass ich während meiner Selbstständigkeit hohe Summen auf dem unverzinsten Girokonto oder wenig verzinsten Tages- oder Festgeldkonten geparkt habe. Das zieht den Schnitt natürlich ordentlich nach unten. In erster Linie lag das natürlich an meinen Steuervorauszahlungen. Mittlerweile habe ich das nicht mehr in dieser Höhe, sodass die Performance in den kommenden Jahren insgesamt deutlich besser laufen sollte. Es gibt ja auch wieder Zinsen und das macht sich dann auch bemerkbar. Kann man jetzt noch sagen, auch Anleihen und Gold haben die Gesamtperformance ein gutes Stück gesenkt. Auch die P2P-Kredite mit Bondora und dem großen Anteil hat das so ein bisschen nach unten gesenkt. Aber das ist die Gesamtperformance. Kommen wir nochmal zur Anzahl der Trades. Ich habe insgesamt 170 Trades gemacht, 115 habe ich mit Gewinn verkauft und 55 mit Minus. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf die drei besten und schlechtesten Aktien in den zehn Jahren eingehen. Die haben sich ein bisschen geändert, aber auch hier wird schnell deutlich, das sind Aktien, die ich schon sehr lange im Portfolio habe. Und Platz eins ist Microsoft mit 626,36 Prozent. Seit 2015 habe ich sie im Portfolio. Platz zwei haben die schon angesprochenen Novo Nordisk inne mit 449,71 Prozent seit 2016 und Apple mit 417,91 Prozent seit 2017. Zwischendurch hatte ich einen ganz anderen Gewinner, das war nämlich PayPal. Und die sind ja während der Corona-Pandemie auch sehr stark nach oben gegangen, auf über 400 Prozent und ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mich von den Aktien trenne oder da auch einen Teilverkauf vornehme. Ich habe es nicht gemacht. Ja, mittlerweile liegt das Plus nur noch bei 20 Prozent. Das tat schon ein bisschen weh, aber gut, auch das gehört dazu. Kommen wir noch zu den schlechtesten Aktien. Die habe ich schon erwähnt. Das ist AT&T mit minus 45,46 Prozent seit 2017, 3M mit minus 36,6 Prozent seit 2019 und Fresenius mit minus 33,93 Prozent seit 2017. Also das sind keine glorreichen Aktien, aber es sind mit Abstand die schlechtesten. Also ich habe gar nicht so viele Aktien, die stark im Minus sind. Und das sind in erster Linie diese drei und die Themen ETFs, aber ansonsten sind die meisten Aktien ordentlich im Plus. Damit sind wir jetzt endlich am Ende dieser Folge angekommen. Es gibt noch viele weitere Punkte, über die ich sprechen könnte, aber ich habe mich jetzt auf die 10 fokussiert und das war auch jetzt eine Folge, die über mehrere Wochen und Monate entstanden ist. Ich habe immer mal wieder daran gearbeitet und habe versucht, da einen roten Faden reinzubekommen. Ich hoffe, dass du meine Gedankengänge und Erfahrungen nachvollziehen konntest. Vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen oder weitere Erfahrungen sammeln können. Dann kommentiere doch gerne den Blogartikel auf finanzrocker.net. Wir hören uns vor Weihnachten noch einmal mit einem altbekannten Podcast-Gast wieder. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.